Ja, hi liebe Leute und willkommen zu dem kurzen Infovideo, in dem ich einfach kurz erkläre, weshalb die letzten zwei, drei Tage, glaube es ist kein Video, es kam, weil haben wir jetzt mehrere danach gefragt. Sorry dafür, ich hatte eigenes geplant, weil ich hatte jetzt noch so eine Klausurenphase, hab jetzt die Woche Klausuren geschrieben, damit bin ich jetzt aber soweit mehr oder weniger Durst, jetzt kommt nur noch ein Referat, das ist relativ easy, und eigentlich wollte ich Videos vor aufnehmen, aber durch die E3, dann durch diese Hitzewelle, wo es offen gesagt nachmittags, wenn ich Zeit hatte und man nicht gelernt hat, auch immer am See war und alles, wo man dran hatte, ist leider einfach nicht die Zeit, da genügend Videos vor so aufzunehmen, aber jetzt am Wochenende, da ist halt ein Mario Maker und da starten wir richtig Durst, heute am Donnerstag kommt ja um 21 Uhr so ungefähr so rum, ja auch der letzte Mario Maker View Stream, der aus dem ganz lustig wird, und dann ab Wochenende eben Mario Maker 2, ähm, und auf Wochenende wird es eh was umstellen, denn ihr könnt ab Wochenende mir auch spenden, ich hab das soweit schon eingestellt, hab das jetzt aber noch nicht veröffentlicht, weil ich da mit den Alerts noch schauen muss, weil da war noch, weil da was noch nicht so genau passt, so ist aber das, dass das auch bis zum Wochenende riste, und ab Wochenende, ähm, klar, morgen am Freitag ist es los mit dem Mario Maker, es hat morgens ein Glück zum Viertelverschweif aus, das ist ganz geil, wenn ich direkt dann reinfahre und dann so und es ist dann die ersten drei Parten von dem Auflärmmodus direkt morgens im Hochlade, und morgen Abend auch so einen ersten Online-Livestream dazu machen werde, Minecraft kommt morgen am Freitag, natürlich auch. Eben nur damit ihr wisst, also Entschuldigung, was am letzten Tag keine Videos kamen, morgen am Freitag geht's wieder los, also regulär, nämlich Animacrossing kommt morgen in der Früh, dann, also ab zum Morgen kann ich es mal sagen, Animacrossing um 12, dann kommt, ähm, jetzt macht man einmal eine Aufnahme und schon klingelt hier Sturm, sagt was ist denn das hier? Egal, äh, ich muss jetzt zu dem gehen, Uploadplan findet ihr in der Videobeschreibung, in der Kandalinfo, wie gesagt, letzten Tag haben keine Videos, einfach weil ich, ähm, da zu tun hatte, ab morgen kommen wieder Videos, raus rein und ciao!